Und das war der Startschuss für die 400 Meter, der Norm bei den ganzen Hutsen auch für die Paralympics. Wir sehen Isabel Förderer und sie wird unterstützt von Olli Hauser und hier brandet schon ein Applaus auf, auf Olli, zieh sie mit, komm! Ja, das sieht schon recht locker und rund auf, komm Olli, bleib ein bisschen vorne dran, dann ziehst du sie zu einer guten Zeit, es sind bei 38 Sekunden, Durchgangszeit über 200 Meter, auf komm, haltet das Tempo! Nicht abreißen lassen, dranbleiben, kommen die letzten 100 Meter, auf geht's! Wir kommen auf den Zielapplaus, die letzten 20 Meter und jetzt sind sie im Ziel mit etwa 1 Minute und 16 Sekunden, wenn nichts ist. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!